Was sind die? Die sind so knuffig. Das ist hier die gute Launeecke. Ja, glaub ich. Oma hat sich auch gestern alles mal reingesetzt. Die war so fettig. Ja, das ist, glaub ich, hier immer super. Der zerfleddert mir hier den Fuß auch. Ja, ja, ja. Lass den doch mal los jetzt. Geh mal da hin. Einmal Beute. Nö, langweilig geworden. Ganz sinnig nach der denn durch. Guck mal, guck mal. Was? Rapp, rapp, rapp. Wummelkaos. Oh Gott, du fasst durch, guck mal. Ja. Was? Ja. Och Gott. Du. Sinn und vollstand hat er das gemacht. Du. Nöööö. 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 Du und welche andere. Glaubst du nicht, dass du sie noch lange hast? Die Schuhe sind eh nicht teuer. Wie gibt's denn bestes, den zu zerreißen? Und du erstmal. Nöööömm. Die Kauts am Finger. Der tutt weh. Nicht in den Socken weißen. Das war's für heute. Und jetzt kann sie nur noch genüsslich draußen rum. Hier komme ich nie wieder raus, glaube ich. Ich bin wieder raus, glaube ich.